Meine Tochter, möge Allah sie segnen und sie zu einer Saliha machen, Allahumma Ami. Glaubt ihr mir, das Leben ist echt voll mit Situationen und Momenten im Leben, wo du immer denkst, jetzt weiß ich alles und dann lernst du noch mehr dazu. Und du dachtest dir dann zu diesem Zeitpunkt, wie konnte ich nur so dumm sein. Meine Tochter, es gab eine Situation mit meiner Tochter, wo sie mich dann einfach aus dem Nichts gefragt hat, Baba, warum liebst du Allah? Ich habe sie dann angeschaut und gefragt, was? Sie fragte mich, du redest so viel über Allah, du rufst die Menschen zu Allah, Mama und du. Unsere Familie erzählt davon, dass ich von klein auf immer irgendwie mit der Religion immer was zu tun hatte, gelernt habe, gerufen habe, Imam war, Videos gemacht habe. Mein Alltag besteht nur aus Religion. Ob wir Besuch gehen, Besuch bekommen, ich rede nur über Religion. Warum liebst du Allah, Baba? Ich habe sie dann angeguckt und ich wusste echt nicht, was ich antworten sollte. Aber ohne Antwort geht es auch nicht. Als ich gesagt habe, ich liebe Allah, weil ich gesund bin, ich liebe Allah, weil ich sehen kann, ich liebe Allah, weil ich dich habe, weil wir Essen haben, dann hat sie gesagt, nur deswegen, Baba. Ich habe gesagt, wieso, was meinst du denn? Liebst du Allah nur, wenn er dir etwas gibt? Und diese Aussage war eine Backpfeife des Lebens für mich. Lieben wir Allah nur, wenn er uns etwas gibt? Ist es tatsächlich so, dass wir Allah nur brauchen oder nur rufen, wenn wir etwas brauchen? Jeder von uns würde sagen, nein, nein, ich liebe Allah so. Aber lasst uns ehrlich sein. Die Realität ist so, dass wir Allah tatsächlich nur rufen, wenn wir etwas brauchen. Also stellt sich die Frage, was lieben wir an Allah überhaupt? Ohne im Zusammenhang, dass wir etwas brauchen oder uns gegeben hat. Wenn du mich zum Beispiel fragst, Abdelhamid, warum liebst du deine Tochter? Ich liebe meine Tochter, wie sie lacht. Ich liebe meine Tochter, dass wenn ich sie zum Beispiel manchmal, ich sage mal, anschreie, dass sie direkt auf mich hört. Ich liebe meine Tochter, dass sie meine Scherze versteht. Ich liebe meine Tochter, dass sie so süß ist, dass sie so gut erzogen ist, dass sie das angenommen hat, dass sie aufpasst, was sie sagt. Ich liebe meine Tochter, wie sie ist. Ich liebe meine Tochter, wenn sie niest. Wenn sie niest, dann, das sieht einfach zu süß aus. Wenn man mich fragt, warum liebst du deine Mutter? Ich liebe meine Mutter, dass sie immer für mich da ist. Ich liebe meine Mutter, dass sie uns Respekt beigebracht hat. Warum liebst du deinen Vater? Ich liebe meinen Vater, dass er sich aufgeopfert hat für uns. Ich liebe meinen Vater dafür, dass er mich gut großgezogen hat. Ich liebe meinen Vater, dass er immer ein gutes Wort gibt. Abdelhamid, warum liebst du deine Frau? Ich liebe meine Frau, dass sie immer ein offenes Ohr für mich hat. Immer wenn ich Probleme habe, kann ich damit rechnen, dass sie da ist. Ich liebe meine Frau, dass sie gute Worte sucht, dass sie ihre Religion praktiziert. Ich liebe meine Frau, dass sie ist zwar die Einzige, die mich auf 180 bringen kann, aber auch die Einzige, die mich genauso schnell wieder runterbringen kann. Aber wenn du mich fragst, warum liebst du Allah, ohne dass er dir etwas gibt? Ich weiß es nicht. Bei Allah, ich weiß es nicht. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Der Muqmin, der Gläubige, der Iman ist in seinem Herzen reingegangen. Er hat verstanden, was la ilaha illallah bedeutet. Er hat verstanden, was Mohammed, der Rasulullah bedeutet. Er hat verstanden, was Tawhid bedeutet, wer Allah ist. Bei mir, ich kann sagen, ich bin ein Muslim, ein stolzer Muslim, aber der Iman hat nur mein Herz berührt. Beweis? Authentische Überlieferung. Eine Gruppe Sahaba gehen auf Reise. Ich meine, es war Abdurrahman ibn Auf, der jedes Mal vorbetete. Bei jedem Gebet rezitierte er, Suratul Ikhlas. Den Sahaba war es zu viel, weil er es in jeder Rekka gelesen hat. In jedem Gebet. Tagelang. So gingen sie zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam nach der Reise und sie sagten, ja, Rasulullah, Filaym, Filaym liest immer dieselbe Suche im Gebet vor. Dann hat er ihn gerufen und sagte, stimmt das? Er sagte, ja. Warum? Er sagte, ja, Rasulullah, wallahi, ich liebe diese Suche. Warum? Diese Suche bringt mir bei, wer Allah ist. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam gesagt, du sollst wissen, Allah liebt dich auch. Was sagt uns Suratul Ikhlas? Kul huwa allahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Er hat Allah geliebt, weil er nur ein Einer ist. Ein Einziger. Er hat Allah geliebt, dass er nicht zu niemandem ähnelt. Er hat Allah geliebt, dass er nicht erschaffen worden ist. Und das ist ein Mucken. Er weiß, warum er Allah liebt. Und das ist auch der Grund, warum unser Iman so schwach ist. Unser Iman ist schwach. Man muss erst mal feststellen, was bedeutet Liebe? Was ist die Definition von Liebe? Für mich, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Definition. Ich glaube, das ist tatsächlich von Menschen zu Menschen nicht. Das ist meine Auffassung. Ich glaube, die Definition von Liebe ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für mich bedeutet das, bedingungslos an jemanden festzuhalten, aus Angst ihn zu verlieren. Das bedeutet für mich Liebe. Dass ich nichts von dieser Person brauche. Er soll nur bei mir sein, weil ich Angst habe, ohne diese Person zu sein. Das bedeutet für mich Liebe. Und deswegen ist es ja auch so, dass ich meine Tochter so sehr liebe. Sie braucht mir nichts geben. Ich will einfach nur, dass sie neben mir ist. Wisst ihr, was noch trauriger ist? Möge Allah uns vergeben. Jeder von uns hatte eine unislamische Zeit. Eine Freundin. So sehr geliebt. So bedingungslos geliebt. So an ihr festgehalten. Was Job? Okay, ich kündige meinen Job. Ich will nur mit dir sein. Was Familie vermalassen, damit wir endlich in Ruhe leben können, weil sie gegen uns sind? Kein Problem. Auch die Frauen. Ein Vater, eine Mutter, ziehen sie 20, 22, 23, 25 Jahre. Dann lernen sie einen Jungen kennen. Ein, zwei Jahre, halbes Jahr. Sie sind bereit, diese Familie zu opfern und hauen von zu Hause ab. Das ist bedingungslose Liebe. Egal, was er dir sagt, egal, was er dir verbietet, du machst es. Was, du wohnst 500 Kilometer weg. Kein Problem, ich fahre 500 Kilometer. Nur für eine Stunde. Das ist bedingungslose Liebe. Und wenn wir genau diese Eigenschaften nehmen, haben wir dazu keinen Bezug zu Allah. Was, ich soll meinen Job opfern für Allah? Aber ich brauche doch meinen Job. Was, ich soll das nicht mehr anziehen? Ja, aber ich finde das schön. Was, ich soll Hijab tragen? Geht nicht. Und das ist die Sache, weil wir Allah nicht lieben. Wir lieben Allah nicht. Wir sagen, die Zunge spricht es, aber das Herz tut es nicht. Wer weiß die Taten? Haben wir gesagt. Du bist bereit, deine Familie aufzuopfern für einen Mann, den du gerade mal ein Jahr kennst. Du bist bereit, 500 Kilometer zu fahren, zu schwänzen, krank zu schreiben, zu kündigen, alles zu machen, nur um ihr zu gefallen, nur mit ihr zu sein oder mit ihm zu sein. Wenn einer mir sagt, Abdelhamid, deine Tochter, schneid deinen Arm ab. Ich schneide meinen Arm ab. Bruder, frag nicht, mach es. Bedingungslose Liebe. Bei Allah denken wir nach. Das ist, weil die Liebe nicht im Herzen ist. Wir reden nur viel. Weil würden wir Allah tatsächlich lieben, wie wir da sagen, hätte ich genauso Angst um meine Tochter, hätte ich auch Angst um Allah, um Allah zu verlieren. Ich hätte Angst, diese Sünde zu begehen, weil ich wüsste, vielleicht entfernt sich Allah von mir. Beispiel, meine Frau, wenn ich weiß, dass ich sie betrüge, wird sie mich vielleicht verlassen. Aus Angst mache ich es nicht, richtig? Und genau dasselbe ist in Bezug auf Allah. Würde ich Allah wirklich lieben, würde ich diese Sünde nicht machen, weil ich Angst hätte, dass Allah mich verlässt. Weil was haben wir am Anfang gesagt? Unsere Liebe zu Allah ist nur verknüpft mit geben. Und deswegen, liebe Geschwister, Wir müssen kennenlernen, wer Allah ist. Wir müssen lernen, wer Allah überhaupt ist. Was la ilaha illallah bedeutet. La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott, den man mit Wahrheit aufrichtig anbeten kann, außer Allah, der Anbetungswürdige selbst. Wenn wir diesen Tawhid verstanden haben und wenn wir dann die Namen und Eigenschaften von Allah kennenlernen, dann ist die Liebe ganz anders. Meine Frau würde ich niemals heiraten, dann hätte ich sie nicht geliebt. Aber ich habe diese Frau kennengelernt und so lieben gelernt. Aber Allah kennenlernen tun wir nicht. Denn wir rufen nur Allah, wenn wir was brauchen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Allah s.w.t. sagt وَهُوَ غَفُورُ رَحِيمُ Und er ist der Al-Vergebene und Barmherzige. Aber am Ramadan bringt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei, uns zu sagen Allahumma innaka afurun tuhibbul afwa fafuanni O Allah, du bist der Al-Vergebene, du liebst es zu vergeben, so vergebe mir. Al-Ghafur, Al-Afu, beide sind Vergebung. Was ist der Unterschied? Al-Ghafur bedeutet, dass Allah dir vielleicht vergeben wird. Aber die Sünde steht immer noch im Buch. Afur bedeutet, als hättest du die Sünde niemals gemacht. Du bittest quasi Allah darum, ja Rabb, lösch diese Sünde aus meinem Leben und aus meinen Büchern und befrag mich niemals danach. Und so lernen wir zum Beispiel einen Namen kennen. Und das ist nur ein Name, den wir gerade auf die Schnelle erklärt haben. Al-Afu, wenn ich das in Ramadan nun bitte und sage, Ya Allah, Allahumma innaka afurun tuhibbul afwa fafuanni. Allah, du bist vergeben, bitte ich, ich weiß gerade, um was ich bitte. Ich bitte darum, dass das gelöscht wird aus meinem Buch. Es ist eine ganz, ein ganz anderes Feeling im Bittgebet. Ein ganz anderes Gefühl in der Brust, im Herzen. Wenn ich weiß, warum ich Ramadan faste. Warum will das Allah? Weil so lerne ich Allah kennen. Warum will Allah von mir, dass ich faste? Allah will uns im Ramadan beibringen, mein Diener, 30 Tage kannst du verzichten auf Brot und Wasser. Wegen mir, nur für mich. Nach Ramadan kannst du erst recht auf Alkohol und anderes verzichten. Und du siehst ja auch zum Beispiel Raucher, Kettenraucher. 17, 18 Stunden rauchen sie nicht. Sobald Iftar ist, rauchen sie wieder. Menschen, die nicht beten, auf einmal siehst du sie in Tarawihd, sie beten etwas Freiwilliges, was sie noch nicht mal machen müssen, stundenlang. Allah will uns im Ramadan bringen, mein Diener. Du kannst, wenn du willst. Du kannst ohne Halal. Dann kannst du nach Ramadan erst recht ohne Haram. Nur du willst nicht. Und so lernen wir Allah kennen. Die Namen, seine Eigenschaften, seine Gebote, seine Verbote kennenlernen. Und so lernen wir Allah lieben. So lernen wir Allah lieben. Und um das Ganze abzuschließen, und um das Ganze abzuschließen, Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa Sallam sagt uns, ein Mann packt sein ganzes Hab und Gut auf einen Kamel und zieht mit den Kamelen eine lange Reise durch die Wüste. Stunden vergehen. Sein ganzes Hab und Gut ist da drauf. Verlässt das Land und geht auf Reise. Mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo. Rastet, legt sich hin, steht auf und sieht, wie das Kamel mit dem ganzen Hab und Gut verschwunden ist. Weg. Er guckt und sucht, findet nichts. Was macht er? Er kriegt Panik. Wer soll denn nun aus der Wüste raushelfen? Was soll er trinken? Was soll er essen? Hier ist kein Mensch weit und breit und hier wird auch kein Mensch weit und breit sein. Und fasst sich an den Kopf und kriegt Kummer und macht und kippt um. Kippt um. Panik. Kommt wieder zu sich und sieht dann wieder sein Kamel vor sich. Der Mann sieht, springt auf, freut sich, nimmt ihn, umarmt ihn, springt wie verrückt und ruft sogar. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagt, er rief vor Freude. Seine Freude hat seinen Verstand eingenommen. Er hat nicht mehr realisiert, was er spricht. Die Zunge war zu schnell. Und er sagte, ja Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Herr. Diese Aussage ist eigentlich Kuffr. Du bist raus aus der Religion. Die Freude, diese Eigenschaft der Freude hat seinen Verstand so eingenommen, dass er sich versprochen hat und gesagt hat, ja Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Ich danke dir, ich danke dir. Er hat überlebt. Das ist wie, damit wir es in der modernen Zeit mal reinpacken, du sitzt in deinen AMG, du sitzt in deinen M5, ziehst volle Kanne durch mit 300 Kamar, riesen Unfall, du überschlägst dich, du machst dich, du siehst nur noch Schutt und Asche, du siehst katastrophal, dir steigst aus, als wäre nichts. Was würdest du machen? Das Erste, was ich machen würde, Inshallah, ich würde es zu gut machen aus Dankbarkeit, ich würde weinen vor Freude. Ich würde sagen, ja Rabbi, ich danke dir, dass du mir nochmal diese Chance gegeben hast. Danke, danke mein Herr. Ich würde weinen vor Freude. Genauso war es auch dieser Mann. Was hat dann darauf in der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Allah freut sich noch mehr, wenn sein Diener zurückkehrt, als dieser Mann, der gerade realisiert hat, dass er überleben wird. Subhanallah. Allah freut sich noch mehr, dass du und ich zurückkehren zu ihm. Iyya ka na'abudu wa iyya ka nasta'in. Dich alleine beten wir an und dich alleine bitten wir um Hilfe. Allah freut sich noch mehr, wenn du zurückkehrst, als dieser Mann, der gerade überlebt hat. Möge Allah uns vergeben und möge Allah uns recht leiden. Wallahi, wir haben es eigentlich nicht verdient, so einen Schöpfer zu haben. Da müssen wir ehrlich sein. Da müssen wir ehrlich sein. Möge Allah uns gut und besser machen. Möge Allah uns recht leiden. Möge Allah uns das Schlechte aus dem Herzen entfernen. Und möge Allah unser Herz reinigen von Sünden und nur mit guten Sachen füllen. Möge Allah uns das Gute leicht erreichbar machen. Möge Allah uns nur mit guten rechtschaffenen Menschen zusammenbringen. Möge Allah uns die restliche Zeit, die wir auf dieser Dunja verbringen, im Guten verbringen lassen. Möge Allah uns mit Barmherzigkeit entgegenkommen. Wie der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah Sallallahu alaihi wa sallam sprach in dem Hadith Qudzi, wenn mein Diener sich freut, sich mit mir zu treffen, so freue ich mich auch. Und wenn mein Diener es verabscheut, sich mit mir zu treffen, so verabscheue ich es auch. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Wallahi, ich freue mich, meinen Herren wiederzutreffen. Ich freue mich, meinen Herren zu treffen und zu sagen, ja Rabb, es war hart, aber nun habe ich gewischt. Ich will Allah Sallallahu alaihi wa sallam und alaihi wa sallam und alaihi wa sallam und alaihi wa sallam Assalamualaikum.